Das Thema Datensicherung wird oft vernachlässigt, dies soll sich mit diesem Technologieüberblick nun ändern. Als ersten Punkt fragen wir uns einmal ob das Thema Datensicherung nicht doch überbewertet wird und eigentlich vergessen werden kann. Wie ist das in der Praxis? In der heutigen Zeit haben Computer ja bereits eine lange Evolution, sprich Entwicklungsphase hinter sich. Zudem gibt es gespiegelte Hard Discs, das sind gleichzeitige Datensicherungen auf zwei unabhängige Discs, da kann ja nichts mehr passieren. Diese irrwitzige Meinung, dass damit keine Datensicherung mehr notwendig ist, kann schnell zu einem Datengau führen. Je nach Firmengröße, Anwendung und Wichtigkeit eines Systems ist die Sicherung genau zu planen. Dabei kann die Sicherung gleich teuer werden wie das zu sichernde System. Gründe für einen Datenverlust Gemäß einem international tätigen Datenrettungsunternehmen sind unter anderem folgende Fehler die Hauptursache für einen Datenverlust. Die nebenstehende Grafik gibt dazu einen Überblick über die Gründe. Hardwarefehler, 56 Prozent. Menschliches Versagen, 26 Prozent. Softwarefehler, 9 Prozent. Virus, 4 Prozent. Naturkatastrophen, 2 Prozent. Im Umkehrschluss bedeutet diese Auflistung nur beste Hardwarekomponenten zu installieren, manuelle Arbeiten an einem System zu minimieren, auf Softwareanpassungen zu verzichten, den Computer wenn möglich vom Internet zu trennen und auf mobile Speicher wie USB-Sticks zu verzichten und in einer Umgebung zu arbeiten, bei der es keine Naturkatastrophen gibt. Wenn man dies befolgt können wir eigentlich nirgends arbeiten, daher ist ein Crash immer möglich und wir müssen uns mit Backups davor schützen. Diese Auflistung zeigt detaillierter, welche Faktoren zu einem Crash geführt haben. Dass die bisher beschriebenen Vorfälle auch tatsächlich geschehen zeigen nachfolgende Beispiele aus der Schweiz. Chronologie eines Hochwassers, das einen Teil der Zentralschweiz lahmlegt. Montag, 22. August 2005 16.15 Uhr. Ich bin gerade in Metau abgefahren und höre Radio. Wegen Hochwassers wird von Verkehrsproblemen rund um Luzern berichtet, von Fahrten in dieses Gebiet wird dringend abgeraten. Nach einem Stromunterbruch in der ganzen Unternehmung meldet sich Max Boliger, Leiter vor Stufe von Beagdruck in Emmenbrücke. Der Kunde hat den Firmensitz bereits verlassen, da Nadelverbindungen via Swisscom und das Festnetz ohne Strom nicht mehr funktionieren. Um 17.30 Uhr treffe ich in der Innerschweiz ein. Die Feuerwehr ist beschäftigt mit der Sicherung der gesamten Ortschaft, Straßen sind mit Geschiebe also Sand und Schwemmholz bedeckt. Seit vergangener Nacht regnet es ununterbrochen, Diese Bilder kennt man sonst nur aus dem Fernsehen, hier bin ich aber real mittendrin. Um keine weiteren Probleme zu bekommen, haben die Stromwerke die Stromzufuhr in der ganzen Ortschaft unterbrochen. Ganze Häuserblocks sind nicht mehr funktionstüchtig. Kein Computer, kein Netzwerk, kein Telefon geht mehr, alles ist ruhig, kein geschäftiges Treiben mit Kunden und Lieferanten ist zu bemerken. Trotzdem müssen Termine eingehalten werden, Lastwagen für den Abtransport von Drucksachen sind bereits organisiert. Bei Beagdruck muss einerseits die Produktion einer Zeitung gewährleistet und müssen andererseits Akzidenzaufträge fertiggestellt werden. Es wird beschlossen, die Produktion am Standort des Partnerunternehmens Mayhof Druck in Luzern aufzubauen. Der Zeitungs-Server wird komplett in eine von Mayhof-EDV-Spezialisten bereitgestellte Infrastruktur gezügelt. Die Infrastruktur ist ideal, die Räumlichkeiten sind vorbereitet, und das bereits vorhandene Netzwerk ist funktionsfähig. Der Zeitungs-Server, der alle Daten für die Produktion beinhaltet, ist mit ca. 7 Apple-Systemen schon um 20.30 Uhr produktionsbereit installiert, dies zur Freude aller Beteiligten. Die Safe & Go-Box ist ein mobiler, in einem Koffer untergebrachter Datenspeicher. Er beinhaltet die aktuelle Datensicherung von Beagdruck, damit ist es nun möglich, am neuen Standort ohne Datenrekonstruktion ab einer Sicherung sofort weiterzuarbeiten. Die laufende Datensicherung bei Mayhof Druck wird ab diesem Zeitpunkt ebenfalls mithilfe des Safe & Go-Koffers ausgeführt. Dank beherztem Einsatz, konnte die IT der Beagdruck in Emmenbrücke innerhalb vier Stunden an einem anderen, provisorischen Standort betriebsbereit aufgebaut werden. Schlussendlich hatte man also Glück im Unglück und konnte mit dem ganzen nun umgesetzten Notfallkonzept zufrieden sein. Die Daten alleine bringen noch nichts. Ein Sicherungskonzept beinhaltet auch die Stromversorgung. Ohne Strom ist nichts los, beim Unwetter in Emmenbrücke waren alle Lieferanten eines solchen Aggregates mit Anfragen überhäuft. Gut, wenn man mittels Liefervertrag vorgesorgt hat. Denn ohne Strom kann keine Zeitung produziert werden. Weiter ist dann Wasserpumpen, Notlampen, Kommunikationsmittel etc. und anderes Notfallmaterial und Notfallchecklisten zu denken. Notfallsituation durch Feuer konnte erfolgreich abgewendet werden. Vor einigen Monaten war ein periodischer Support-Einsatz bei einem Druckvorstufenbetrieb angesagt. Um ca. 15.30 Uhr arbeiteten alle Mitarbeiter hochkonzentriert an ihren Aufgaben. Der Eigentümer der 30-Mann-Unternehmung kam in die Abteilung und sagte, im Erdgeschoss kommt Rauch aus einer Garagenbox, alle Mitarbeiter sollen ruhig das Gebäude verlassen. Wir hörten bereits die Sirenen des Feuerwehrautos in der Ferne. Welche Daten nimmt man nun mit? Sollen wir die Server ausbauen? Das dauert zu lange. Wir trugen kurzerhand den Bandroboter mit den eingelegten 48-Stunden-Sicherungsbändern und die im Tresor gelagerten Tapes aus dem Hause. Darauf sind über 140.000 GB Kundendaten gespeichert. Die Feuerwehr brachte dann zum Glück schnell alles unter Kontrolle. Hiermit ist in der Praxis bewiesen, dass eine seriöse Datensicherung für ein Unternehmen existenziell ist. Zudem ist es von Vorteil, wenn Notfallszenarien existieren. Was ist zu retten, wer ist dafür zuständig? Mit diesen Fakten und Beispielen ist bewiesen, dass die Datensicherung ein wichtiges Element in der Firmenartie sein muss, andernfalls ein weiter Bestehen des Unternehmens nach einem Crash in Frage gestellt ist. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. In drei bis fünf Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden. Daher wird die Video-Eye fortgesetzt. Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzunehmen.